dann rede mal was Kommander, Kommander, geht es ja eigentlich wieder gut, dass du es wieder erholt Also Kommander Kommander Kommander, wir reden mit dir Kommander Ich regle das schon Bier Kommander, dein Bier wartet Heber hört uns zu Ja, ich weiß es Ja, sie schreiben dir erst, aber hat kein Mikro, aber Kommander, der ist stockend voll und weiß nicht mehr, was er sagen soll Ich glaub, der verwesselt sein Mikrofon mit der Bierflasche und dem Bieröffner Mache ich auch manchmal Ja, du manchmal, aber so gehst du schon mal nicht Echt? Ach, Lubu, trink ein bisschen mehr, dann geht es sich auch wie Kommander Aber trotzdem, dass man so voll sein kann und ich mal das Mikrofon mehr wiedererkenn Weißt du schon umgekippt? Alter, du hast das Headset auf dem Kopf, ich kannst das verwechseln, hä? Ja komm, das passiert einem sicher doch, wenn er besoffen ist Also, ich bin fast genauso, nur dass ich noch mein Mikro merke, denke ich, wo ist denn da? Ja komm, ich glaub, gewesen wäre das ein Mikrofon mit der Bierflasche verwechseln Er redet, es hat grün aufgeleuchtet, ich glaub's nicht Kommander, hörst du uns? Bei Temal hat gerade auch was geleuchtet Ja, habt ihr vielleicht Push-to-Talk an? Äh, Kommander? Kommander Ah, da ist er wieder Ah, da ist er Sag mal Hallo, Kommander Die wollen dich auch im Teamspeak, also, auf dem Recording hören Ja, Zeva hat Push-to-Talk an Ja eben, das hab ich ja vorhin gesagt Aber Kommander, Hallo, Kommander Guckt, wie schön Zeva drücken kann Ja, können wir, äh, Zeva kann ja auch im Teamspeak diskutieren, ohne dass sie was schreiben kann Sie muss einfach mit dem Push-to-Talk zeichnen, welche Morse zeichnen eintippen Genau so Zeva Guckt, wie sie das kann Mhm Jetzt müssen wir nur noch Morse lernen Und Zeva, das läufst du auch Zweimal für ihn? Ja Ja Über Zeit für die harten Sachen, der Kommander Alter, Penner, wach auf! Ja, hier, der Kommander pennt ja nicht Der Morph ist immer noch ganz allein Mhm Mhm Wenn er das P weg macht, ist es ein Mensch ohne Freunde Äh, vielleicht das M M-O-P-F Mensch ohne Praktischen Freunde Hm Was heißt, der Leben ist ein ganz eigenes Kommander, was trinkst'n du? Kommander Hä, ich glaub, der ist schon komplett weg und schläft schon Kommander Wir wissen, dass du da bist Komm raus Die wollen mit dir spielen Kommander, ich hab deine Mutter an der Strippe Die hat mir gesagt, du bist da Genau Genau, gib ihm mal die Telefone auf den Kommander Ich ruf ihn an Kommander, gib mir deine Nummer Hmhm Zeva wird im Januar schon 18 Wir können uns dann immer Schnaps kaufen Hm 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 Du hast gar Kommander oder Erzengel Zeva Oder was meinst du? Nee, nicht Zeva Mit so nem Murmeln Das war's nicht du Das war eigentlich der Kommander oder Erzengel Aber nicht Zeva Ja, bestimmt Kommander Hm, okay Ja, Kommander kann Zeva kann ja nicht Ich muss das ganz Recording und danach cutten Ich will das Zeug auf YouTube stellen Man sieht Kommander nicht jeden Tag so besoffen im TeamSpeak Ich Ach, ich find's lustig Ich auch, darum nehm ich auch Wir sollen uns unseren Schnaps selber kaufen Hehehe Verdammt Spielst du auch mit 7, Lubu? Hm hm, hab mal gezockt, hab keinen Bock mehr Ach so, sonst hättest du auch Gruppe kommen können Hm, ich kann mich ja später mal anmelden Hab keinen Bock jetzt Na, im Moment sind eh fast nur welche aus meiner Fieberfamilie an Na, eigentlich nur auch meine Schwester und meine Mutter Und Zeva, wie geht's dir eigentlich? Jetzt soll sie eigentlich anfangen zu morsen Und wenigstens eine Mitteilung ganz im Channel schicken Ihr geht's ganz gut, sie ist am grinsen Weswegen denn? Wegen Kommander, weil sie so besoffen ist Oder weil sie gleich einmal irgendwie stumm auf YouTube zu hören ist Ich glaub, sie grinst wegen mir Kommander redet ja nix mehr Hab ich Recht selber? Grinst du wegen Kommander? Kommander, bist nur da Ciao Äh, wer war das jetzt? Mein Bruder Ah, okay Er kommt einfach rein und klabert irgendwas Hau einmal da rein von mir Ich glaub, das treff ich nicht Ich seh ihn schon dreifach Hm, dann hau alle drei Hm, dann hau alle drei Guck mal da rein, irgendwie Lass mal drauf hin Lass das nicht Ich glaub, das treff ich nicht Er ist auch wichtig Kallst du mich nur auf den Klick Guck mal auf dem Klick Haye, dass das nicht und darum sag ich ja für alle die auch mal irgendwie sowas nettes erleben wollen haben wie die typen und besoffene kerle mts einfach mal www.freewall.de eingeben und dort auf steamspeak kommen nicht wahr mystery du sagst es ich hab zwar nicht zugehört aber du sagst es genau genau das meinte ich